Es gibt jetzt für Obdachlose nicht nur so Kältebusse, es gibt jetzt auch einen Duschbus. Vor allem stell dir einfach vor, der Duschbus baut so einen Unfall und dann purt du deine lauter nackte Obdachlose über deine Karre rüber, Alter. Die müssen aber dann auch mein Auto waschen dann, weil ich bin ja schon nackt und so. Immerhin riecht's nach Flieder, Alter.